Außergewöhnliche Grüße wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es einfach kurz ein Infovideo, dass ich leider auf Urlaub fliege oder fahre oder keine Ahnung mit meinem Vater für eine Woche. Deswegen kommt glaube ich nur jeden zweiten Tag kommt ein Video. Je nachdem wie ich es schaffe. Also Reworld Videos kommen jetzt noch zwei während ich auf Urlaub bin, also weil es nur eine Woche ist. Und ja das war es jetzt auch eigentlich schon. Und jetzt viel Spaß mit dem Rage Mode. Und es beginnt in vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde, null Sekunden. Okay das steht nicht da. Und wir spielen auf einer Map die stoppt irgendwas heißt. Eine ziemlich coole Map. Habe schon öfters gespielt. Und es tut mir leid vielleicht die Lektion ein bisschen. Das liegt daran da ich gerade ein Video hochlauert, weil ich dann weil du Camper, weil ich dann, Entschuldigung wegen der Unterbrechung, weil ich dann nämlich ja wegfahre. Oder zumindest abgeholt wäre. Abgeholt wäre ja netter, weil ich habe einen Koffer da. Ich habe, was habe ich noch alles da. Ich habe meine Kamera da. Also ich habe einen fetten Koffer, fette Kamerataschen und so Zeugs, damit ich Vlogs machen kann von euch, äh für euch. Wenn ihr interessiert seid an Vlogs, dann bitte haut mir den, Mann du, Gasplay. Wenn ihr interessiert seid an Vlogs, dann haut mir bitte, äh ja, haut mir bitte den Kommentar, äh, in der Beschreibung, also, ach Gott, in den Kommentaren, den Hashtag Vlog mit Rufzeichen rein. Wenn ihr aber mehr interessiert seid an den Games oder so weiter und ihr wollt, dass öfters Games kommen und nicht so viele Vlogs, dann haut mir bitte den Hashtag Games in die Kommentare. Und wenn ihr beides möchtet, dann haut mir rein, Hashtag Beides in die Kommentare und wenn es so sein soll, wie es jetzt, also dass manchmal eine Speedout kommt, manchmal ein Vlog, manchmal ein Gaming Video, manchmal ein anderes Gaming Video, also nicht immer nur Minecraft, weil ich finde nur Minecraft wird auf Dauer aufwahrt. Ich finde das Spiel ist saugeil, ich spiele es noch immer urgern, aber nur Minecraft auf Dauer ist dann auch nicht so das Wahre vom Waren. Ja, gut. Jetzt genug gelabert und jetzt erschießen wir Leute, oder sie erschießen mich. Gut, wir befinden uns jetzt hier in dieser Stadt, gehen diese Straße entlang. Wir queren jetzt die Sperrlinien, weil wir so Hardcore Gangster sind. Diesmal leider ohne Facecam. Und der will mich da versuchen mit einer Axt abzuwerfen und ich habe null Punkte. Wow, ich bin gut. Ah, das liegt daran, an den Internetverzögerungen. Tut mir extrem laut dafür, mein Internet ist nicht das Beste. Es geht eigentlich, wenn ich nichts hochlade, nur ich lade gerade was hoch und ich habe gerade extrem Stress. Das heißt, es tut mir sehr, 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 sehr leid. Ja, gut. Es geht noch zwei Minuten und, ah fuck, ich habe Skype nicht auf beschäftigt gestellt. Eieieiei. Ja, das ist halt, dass die Probleme hat man halt, wenn man Stress hat. Das ist so. Aber jetzt habe ich wenigstens 25 Punkte. Jetzt bin ich der Oberpro. Ich bin wahrscheinlich letzter. Was? Ich bin vorletzter. Und ich bin mit dem Account von meinem Kanalpartner, dem Justin, dem lieben... Du, ich habe null Punkte, dem lieben Justin an, weil der hat auf Gome, dank der Pixel Crew, weil er ja in der Pixel Crew drin ist und ich eben inoffiziell drin bin, hat er einen Premium-Rang. Und Gome hat gesagt, man darf eigentlich nur, also er darf nur einem Spieler Premium geben. Also von jedem Teilnehmer der Pixel Crew, weil sonst wäre das unfair oder so. Sonst könnten sich auch 10 melden und so weiter. Und ja, deswegen, aber danke, danke, komm, wenn du überhaupt uns die Chance ermöglichst, hier zu helfen und dir zu beweisen, was wir so können. Denn wir sind Hashtag abgehoben. Ja, ja, sind wir. Und meine Stimme ist eigentlich ganz, ganz kaputt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und deswegen, sorry, aber beende ich jetzt auch dieses Video. Ich versuche mich jetzt auch selbst umzubringen. Das wäre für euch. Und damit, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.